Piu-Piu Was sich alles so ändern kann Aber auf jeden Fall, äh, gucken wir doch mal Wir müssen angreifen Den Payload Müssen wir, äh, äh, wegbringen Peng Ich bin zwar ein defensiver Held und wir müssen angreifen Aber das kriegen wir, äh, das, äh, ja, ne Aha, cool Nice Was haben die denn? Oh, da hinten ist ein Junkrat Der hat einen Höhenvorteil Das ist kacke, weil Junkrat Mit Höhenvorteil nix gut Ich muss ja sagen, Mace Äh, Rechtsklickangriff Dieses, diese Kranone dauert zwar ein bisschen länger Aber zwei Headshots tot Oh shit, nein Vergiss es, Arschloch Das kannst du mit dem anderen machen, aber nicht mit mir Oh, Moira, Moira, Moira Hab dich, Arschloch Vergiss es Tschüss Die Fracht hat den Checkpoint erreicht So, weg mit dir May ist schon Ein guter Charakter Nicht nur Ziemlich süß, sondern auch Oh, recht stark eigentlich Oh shit Da hab ich Oh, verdammt, ein Hanzo Das war der Hanzo Alter Maul, wo bin ich denn? Aliens on Earth The Shock and Proof Hier war ich ja noch nie auf dieser Map Ich glaube, ich hab ein recht kompetentes Team hier Da, McCree, weg Dankeschön Da, Dankeschön, Hanzo weg Den hole ich mir, den hole ich mir, den hole ich mir Hm, ja, okay Oh, war ein bisschen knapp Grüß dich, Raditz Ich hab mich gerade Grüß dich, okay, gut Der hat mich gerade Äh, gestunt Gestunt heißt das, okay Oh, da oben ist ein Junkrat Den hole ich mir Ja, schön Gut, tschüss Fick dich Ah, mies, ich dachte, ich krieg ihn noch Na dann Tschüss So, du bist weg Ey, der Hanzo ist echt mies, ne Der macht seinen Job gut Der ist aber auch gerade on fire Wie feindliches Geschütz voraus Wie feindliches Geschütz voraus was Oh shit Oh shit Ich geh mir da hoch und kümmere mich Um das Geschütz Shit, ich bin direkt Ich bin sowas von am Arsch Team, helft ihr mir? Ach du Scheiße Der Hanzo meint Er könnte mein Team raten Es war at this moment, that he knew He fucked up Nein, McCree Ah fuck Ach cool Nice Hast du gut gemacht McCree Hör auf mit dem Scheiß Ah, Hanzo schon wieder, ne Hälfte, dass die Fracht vorankommt May, du sagst es Was sollten sie echt mal tun Ach du Scheiße, ach du Scheiße Was ist das denn? Nein Junkrat, was für ein Arschloch-Move Ah Leute Die Fracht, das Geschütz Macht was Wir schaffen Wo kamst du denn her? Na shit Ja, ey Macht mal jemand was gegen dieses scheiß Geschütz Das ist ja ekelhaft da oben drauf Du bist tot, du Arschloch Du bist tot, du Arschloch So, und dein Geschütz ist jetzt Geschichte Okay Nice Nein Oha Oha, war das knapp Nein, die Stunde hat nicht geschlagen Hör auf Ah, scheiße Hä? Was hat mich denn geholt? Hä? Ach, schon wieder Ein Hanzo? Hanzo hat mich schon wieder geholt Ja Leute, perfekt Weiter, 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 weiter Meine Ulti ist ready, die werfe ich jetzt einfach auf den Payload drauf Weil das sind sowieso jetzt die ganzen Gegner Und dann sollte das klappen Jetzt gibt es eine Abfüllung Nice Nice, sehr schön Dich hab ich auch Ah, fuck Leute Ein paar Diese kleinen Meter noch Es ist nicht mehr lang Es ist nicht mehr lang Und es sind nur noch ein paar Meter Das schafft ihr jetzt noch Komm, bitte Noch 60 Sekunden Noch 60 Sekunden Leute, bitte Bitte Das ist als ob wir das jetzt noch verlieren Bitte Leute Das kann doch nicht sein Stellt euch da hin Stellt euch da hin Komm, hier Verlängerung Ja Ja Bewegt die Scheiße Bewegt die Scheiße Los McCree Weg mit dir Nichts stirb Halt dein dummes Maul Von wem denn umkämpft Hör da auf Lass die Scheiße Nein Nein Ich war der einzige Ich habe noch eine Runde aufgenommen Die erscheint wahrscheinlich die nächsten Tage Links könnt ihr klicken um mein letztes Overwatch Video zu sehen Und rechts könnt ihr klicken um in die Overwatch Playlist zu gelangen Viel Spaß noch Bis dann Ciao Bo